Willkommen zum Magazin Brennpunkt Wirtschaft. Schön habt ihr euch geschaltet. Das Gartenbauunternehmen Green Garden Mario sortt Landeufland ab für gepflegte Gartenlandschaften. Das Unternehmen in der Industriezone Basper Ceraro beschäftigt zehn Mitarbeiter. Wolter Bärwold hat einmal einen Blick in die Kulisse des Unternehmens geworfen. Seit 15 Jahren sorgt das Unternehmen Green Garden Mario dafür, dass die Gärten- und Gartenlandschaften im Oberwallis zu neuem Leben erbliehen und gepflegt werden. Geschäftsführer der Firma ist Mario Dadic, was das Unternehmen von seinem Vater übernommen hat. Momentan ist Moina Garten dahinter, eine neue Gartenlandschaft zu machen. Wir werden komplett die Umgebung neu gestalten. Und ich habe mit den Kunden ein kleines bisschen gesprochen. Wirklich komplett alles zusammen vorgenommen, die Umgebung und ein Gartenparadies machen, wirklich. Was heisst das jetzt konkret? Also was kommt jetzt alles dafür in La Jeve? Muss man sich das vorstellen? Das heisst, vorerst alles kommt weg. Der Reisshub vom ganzen vorherigen Material. Alles komplett neu über die Pflanzung mit Abschluss, Steigarten, Gartensitzplatz, wirklich all inclusive, Bereislungsanlagen, neue Rasenflächen, alles kommt zum Einsatz. Der Bereich Garten umfasst verschiedene Dienstleistungen. Dazu gehört die Pflege vom Garten, der Gartenunterhalt und die gesamte Planung und Gestaltung der Wohnumgebung. Das Unternehmen Green Garden Mario geht auf jeden Wunsch von Kunden ein. Wenn ich zum Kunden hier vorbeikomme und die Anfrage an ist, schaue ich mir die Situation auf der Baustelle an, was der Kunde wünscht. Die meisten Kunden wissen nicht genau, wie und was. Und nachher, wenn man den Prüf macht, eine Gartenbaufirma oder so hat, dann muss man die Idee haben. Dann muss man wirklich, dann muss das tag, 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 tag. Und Gott sei Dank ist das bei uns und bei mir jetzt der Fall. Dann kann man die Idee und erkläre ich dem Kunden hier, Abschluss hier, Rasenfläche, da Steigarten, tag, tag, tag. Kunden wollen das Pflegelicht haben. Und ich muss immer in die Zukunft denken, wie wird das nachher sein, zum späteren Zeitpunkt. Dass es wenig Pflege gibt, wenig für den Kunden Arbeit und dass es natürlich wunderschön kommt. Das ist das Ziel. Also von Planung bis Ausführung, alles. Und nachher schlussendlich, wenn es noch Unterhalt gibt, machen wir auch alles zusammen. Wenn es nicht so ein Aschim macht, für die Baustelle und Gartengestaltung ist die einzigartig. Das weiss euch der Mario Dadic. Entsprechend genau und sorgfältig, geht der und seine Mitarbeiter in die Arbeit. Mir ist jede Baustelle äussergewöhnlich. Alles ist wirklich eine Herausforderung und ich probiere immer, meine Leute natürlich probieren immer das Bestmögliche an, etwas Wunderschönes gestalten für den Kunden, dass es einen Wow-Effekt gibt, schlussendlich. Auch die Gartenarbeit unterliegt dem Trend. Und so wollen die Kunden momentan Nummer eins. Eine möglichst pflegeleichte Gartenlandschaft. Was darf nicht fehlen? Eine Anfrage ist riesig gross für den Steigarten. Also Kunden wollen immer wie weniger machen und tun. Sie haben andere Sachen zu tun. Im Beruf sind sie sehr fest dahinter, am Arbeiten und keine Zeit mehr. Aber sie wollen es gleich geniessen. Also darum, je pflegeleichter, je besser. Das heisst also mit anderen Worten, weniger grüne Fläche? Jein. Es soll gleich ein bisschen grün sein, aber nicht mehr übertrieben viel. Das Resultat lässt sie sehen. Der Nevi Garten präsentiert sie oft geräumt, säuber und gepflegt. Zurück am Standort in der Industriezone Basper Ceraro, zeigt der Mario Dadic seine Lager und Empfangshalle. Also die Firma gibt es jetzt gerade in Kürze für eine 15-jährige Jubiläum. Also vor 15 Jahren hat mein Vater, den Mladen Dadic, die Firma gegründet. Und klein angefangen sage ich jetzt mal. Wirklich sehr viel alleine unterwegs gewesen. Und dann habe ich immer mehr und mehr Angestellte gehabt. Und ja, 15 Jahre sage ich jetzt mal im ganzen Oberwollestätig. Erfolgreich, kann man sagen. Und ich hoffe, dass es bleibt einfach nicht schon 15 bis zum Gehtnichtmehrer Jesu. Seit viereinhalb Jahren ist der Mario Dadic Geschäftsführer des Unternehmens. Auch sein Vater, der das Geschäft aufgeblieben hat, ist immer noch im Betrieb tätig. Zehn Mitarbeiter beschäftigt die Firma, die, wie es der Name schon sagt, ein Gartenbauunternehmen repräsentiert. Ein Laie würde ich jetzt nur sagen, Gärtner, ein kleines Bezirte Diät und so. Das ist nicht richtig. Das fängt wirklich schon ganz, ganz am Anfang mit dem Gespräch mit dem Kunden an. Dann kommt die Planung, Organisation wirklich von A bis Z. und dann kommt die Gestaltung der ganzen Umgebung. Plus noch, je nachdem, noch die Pflege. Also wirklich Gartenbau, Gartenpflege, Gartengestaltung. Tutto completo. Ein Blick in die Lagerhalle zeigt, ganz ohne maschinelle Hilfe geht es im Gartenbau nicht. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr sehr, sehr viel investiert. Ich schaue, dass meine Leute natürlich immer wie weniger von Hand arbeiten müssen. Du musst nichts mehr machen, aber dass es viel angenehmer, einfacher ist, arbeiten wir uns vier für meine Leidangnehmer. Wirkt uns sehr, sehr professionell, kunden uns sehr, sehr gut, perfekt, fantastisch. Wo wir uns natürlich mit den Maschinen umgehen können. Und dann kommt das alles wirklich sensationell gut. Nämlich in eigentlichen Bauarbeiten steht natürlich auch die Bepflanzung der Greenfläche im Vordergrund. Und da muss sich der Gartenbauer auch mit den klimatischen Bedingungen auseinandersetzen. Zum Beispiel haben wir dieses Jahr auch ein paar Mal Spätfrosch gehabt. Und da haben die Obstbäume sehr fest drunter gelitten, auch Nadelkölz. Also es war wirklich nicht gerade so gut dieses Jahr. Aber euch da weisst der Fachmann Rat. Zum Beispiel, wo es eine Pflanze, die sehr fest drunter liegt jetzt, wo ich niemandem mehr grossartig empfehle, das ist der Buchsus. Der auf Deutsch Buchsbaum. Der liegt sehr, sehr fest drunter den Buchsbaumzünseln. Das ist eine Krankheit, die von Asien gekommen ist. Es gibt Alternativen. Es gibt Gräser zum Beispiel, sehr, sehr gut, die fast gar nicht empfindlich sind. Es gibt wirklich abnormale Pflanzen, Alternativen. Für jeden Kunden wirklich fast alles. Und so ist Green Garden Mario ein kompetenter Ansprechpartner, wenn es um Bepflanzungen, Gartenpflege oder eine Neubgestaltung eines Garten geht. Das ist die Reportage über das Gartenbauunternehmen Green Garden Mario Zraro. Schön habt ihr eingeschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Einen schönen Tag.